Leute, guckt euch den Shop an. Heute haben wir nur Plural-Lucky-Macken. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, Shades. Und mit dabei ist wieder Ente. Was geht? Was geht? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich muss dich den Zuschauer anzeigen. Hey, warte. Warum musst du mich zeigen? Ja, weil du dabei bist. Oh, da ist die echte Ente, Leute. Guckt. Ey, Ente, hast du eben den Kommentar gesehen? Jemand hat eine Ente gegessen. Echt jetzt? Ja. Oh. Mann. Was ist deine Meinung dazu? Ähm, nicht schön. Er hat geschrieben, ich habe deinen Bruder gegessen. Was? Ja. Äh. Gar nicht schön, oder? Nein, Mann. Ich kriege einen guten... Äh, äh, äh. Ja, und so ist es jetzt okay. Guck mal, ich habe richtig viele Lucky-Macken bekommen. Aber ich weiß, dass die... Die sind aber alle nicht plus 100. Ich glaube, die sind nicht plus 100. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben alles weg. Hörst du schießen? Denk dran, dass die Base nicht unverwundbar ist. Ich kann auch schießen, Ente, denk ich. Hey, mit was? Damit. Ich habe es gesehen. Hör auf. Ich hoffe, es explodiert nicht. Warte, OP-Drop, 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 OP-Drop. Nein. Bitte, 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 bitte. Warum geht ihr den Server? Bitte, 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 bitte. Oh, ich auch. Zweimal sogar. Oh, warte. Fahr weiter. Hey, bei mir kommt noch kein Item. Ja, manchmal kommt auch gar nichts. Richtig dumm. Hä? Wo die fahrst du? Loll. Einfach eine Explosion. Was soll das? Loll. Ich habe eine Ernte mit 20 Detect-Damage. Loob-Killer. Loll. Warte, leuchtet die eigentlich? Ja, die leuchtet sogar, wenn man die in die Hand nimmt. Okay, cool. Was? Ein Brunnen. Was passiert? Oh. Amazing. Ich kann es nicht lesen. Plural Amazing Gem. Was? Was bringt es? Hey, ich glaube, daraus kann man safe irgendwas craften. Ich gucke mal was. Hundertprozentig. Richtig spannend. Ich weiß es gerade gar nicht. Ey, schon wieder OP-Drop und gar nichts kam. Okay, Minecraft ist doch zu laut. Wie läuft es bei dir bis jetzt? Gar nicht gut. Ey, ich habe so oft eine OP-Drop bekommen, aber jedes Mal kommt da kein Item raus. Äh, ich kann auch nichts craften. Was war's? Ah, lol. Ja, das sind ja andere. So, daraus kann ich eine Rüstung machen, okay? So, jetzt habe ich zwei davon. Enchanted Plural Gem. Kriege ich hier irgendwie noch mehr? Nee, okay, nicht. Schade. Daraus kann ich safe irgendeine krasse Rüstung machen. So. Hab jetzt schon mehr Rüstung? Let's go, gib mir mehr. Ich habe den Bazooka. Ey, Alter. Hör auf. Ey, ich habe deinen Schwert gesehen. Ich habe deinen Schwert gesehen. He, he, he. Über Dreifalt. Das ist doch, glaube ich, stark. Loll, Plural Schwert. Nice. Wenn ich das halte, kriege ich Speed. Cool. Nice. Wir haben Plural eigentlich voll lange nicht mehr aufgemacht. Es sind so richtig viele. Eigentlich immer nur Shade, Shade, Shade. Ist so halt. Echt immer nur Shade, ne? Aber Plural ist übel stark eigentlich. Ja. Unterschätzen wir eigentlich immer. Ich glaube, das ist sogar der zweite stärkste Lacken-Lock, den wir haben. Oder? Plural ist schon heftig. Obwohl, Troll ist auch noch heftig. Ja, aber... Nee, Troll für dich ist jetzt komplett schlecht geworden. Ey, junge Donald Trump-Maske ist immer noch... Ja, die ist bei Mix. Die ist nicht bei Troll. Game of Chestplate, wo ist die? Game of Chestplate ist bei Galaxy. Diese rote Illuminati-Rüstung ist, glaube ich, auch bei Mix. Einfach viel zu stark. Warte mal, ich baue mal die Unlucky-Lucky-Blöcke alle bei dir auf der Insel ab. Loll. Hä? Wieso? Hast du hier Lucky Block aktiviert? Ja, natürlich. Ey, da kam gerade eine OP. Einwohlen-Blöcke. Danke, Ente, Ehrenmann, Ehrenente. Ich muss gar nicht mehr zur Mitte. Dein Ernst? Danke, Bro. Ich wollte eigentlich zur Mitte gerade gehen. Meine Spitzsack ist sogar kaputt gegangen. Wie kriege ich die? Bitte. Ey, die fallen alle runter. Gib. Hä? Wieso fliegen die runter? Ich muss irgendwie Block hinsetzen. Aber wie? Warte, ich mache das Wasser hier nach unten. Komm. Nein, die ist weg. Bitte mache Wasser hin. Komm. Bitte funktionieren, bitte. Ja, okay. Ab dahin. Ab dahin. Let's go. Ich baue die Emerald-Blöcke mal weg. Ey, bitte nicht. Ende. Warte. Nein. Nice. Hör auf zu grieven. Oh, oh. Ich fall gleich runter. Oh, oh. Oh, hier ist einer. Nice. Ey, Ende. Du bist frech, ne? Woher kommt dieses Ego? Warum bist du jetzt auf einmal so frech? Hä? Ich bin frech? Du warst früher nicht so. Hä? Ich bin doch immer nett zu dir. Du hast dich verändert. Was? Ich weiß. Meine Emeralds. Nee, ich hole die jetzt. Ich habe jetzt was. Hä? Die, die Mitte sind meine. Ja, hol. Das ist eh nix. Hä? Ey, was? Wie viel hast du? Weißt du was? Nimm das. Hä? Nein. Lol. Ich kann fliegen. Zum Glück. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich bin tot. Alter. Lol. Hey, warum? Ich schieße dich auf dich. Nein, hör auf. Ey, könnt ihr die nicht? Nee. Nicht dein Ernst. Du bist alle weggesprengt. Uncule Aktion. Warum uncule Aktion? Okay, Leute. Ihr wisst, was ihr machen müsst. Schreibt mal bitte ein bisschen Sachen gegen Ende. Er ist heute viel zu frech. Macht irgendwelche Winzen gegen Ende. Okay, nein, Spaß. Nein. Noo. Was machst du? Hä? Was? Mein Bett ist weg. Du hast mein Bett weggesprengt. Du hast gerade mein ganzes Inventar vertauscht. Was ist gerade passiert? Ich habe kein Bett mehr. Was ist gerade passiert? Zum Glück kann ich noch fliegen. Ich habe... Ey, warte, warte, warte. Schlag mich nicht. Warte kurz. Ich habe einfach... Du hast überlebt. Ich habe dich mit dem Schwert geschlagen und dann ist das passiert. Als ob. Doch. Wie stark ist dieses Schwert? Nein. Geh weg. Warte, ich schlag dich nochmal damit. Nein. Guck mal. Warte. Du vertauschst mein Inventar. Lass mich. Bitte. Nein. 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 Oh mein Gott. Nein. Es ist ein Flugkampf. Wer gewinnt? Wo bist du? Du hast dich dann erst. Ich habe meine eigene Insel kaputt gemacht. Komm her. Komm du her. Warte. Ich schieße dich mal ab. Welche? Komm in die Mitte. Warte. Stell dich hier hin. Hör auf, ey. Hörtert es dich? Hör auf. Und das? Nein, lass. Komm in die... Ja. Was war das? Ente, du wirst sehen. Hey, du wirst sehen. Es steht 1-0 für dich, aber ich werde deine Ehre heute nehmen. Meine Ehre? Ja. Alles. Nicht nur die Ehre. Ich nehme dir deine Ente weg. Hey. Ja. Oh, warte. Ich habe schon voll die guten Items. Naja, ich nicht so. Plural Ball. Hä? Letzte Runde kriege ich einfach keinen Schwert. Man kann die werfen. Was passiert? Nein. Nein. Alter. Nein. Warst du das? Nein, ehrlich. Warst du das? Nee. Geh in die Mitte. Nein, wirklich. Ich weiß nicht. Das warst du, oder? Nein, ich habe nur... Was ist denn bei dir passiert? Du hast gerade gelacht, also du hast es mitbekommen. Ja, ich habe mal nicht gesehen, wie du runtergefallen bist. Nein. Ich habe Lacki-Dock abgebaut und bei mir ist einfach der Boden drunter explodiert. Hä? Das warst safe du, oder? Nein. Die Lacki-Dock haben doch 100, oder nicht? Ey, labe doch nicht. Das warst doch du. Nein. Wirklich. Jetzt wirklich. 100 Prozent, ich weiß nicht. Du hast dich gerade richtig hops genommen. Ich habe dir gesagt, ich nehme dir heute deine Ente. Ey, was? Ja. Komm. Mann, diese kann ich nicht fliegen. Dann war die Runde so schnell zu Ende. Ich muss Mitte gehen unbedingt. Was denn? Nein. Nein. Was hast du gemacht? Nein, ich habe alle Schafe hier gekillt. Nein. Hey, ja und? Aus Versehen, ich habe eine Hose angezogen und alles hat gebrannt. Was? Ich glaube, die Hose ist so wie die Shade-Hose. Ich habe die angezogen und alles hat gebrannt. Richtig kreis. Wie heißt die Hose? Weiß nicht. Äh. Ich muss sehen. Die heißt Chaos. Plural Chaos Leggings. Ey, ich kenne die, glaube ich, gar nicht. Sag mir nichts. Ich habe Plural Chaos Gem. Was? Ich kaufe dir gleich was drauf. Nein. Okay, das Schwert habe ich wieder. Komm. Geh mir Fly. Ich habe gar nichts. Lol, geh bitte. Chill doch. Chill doch. Chill doch. Chill doch. Chill doch. Bitte. Bitte, Alpha. Chill. Ich habe nicht mehr Items. Ich habe nicht mehr Items. Ey, geh weg. Bitte. Bitte. Nein. Du hast mich geschlagen. Junge, hä? Wieso bin ich gestorben? Weil du mich geschlagen hast. Hä? Wieso sterbe ich dann? Weiß nicht. Wo ist der Sinn? Warte, ich will kurz gucken, was du damit kraften kannst. Wenn nein, dann war es das heute für dich. Warum? Chill doch mal. Lol. Lol. Was brauche ich ab? Ich brauche die Rage. Doll. Was? Warte. Äh, Holz will ich holen. Komm, bitte kann ich damit was cooles kraften. Nein. Was hast du gemacht? Ich habe Basuka auf mich selber gemacht. Haha. Oh mein Gott. Was ist mit dir los? Weiß nicht. Oh mein Gott. Jetzt habe ich doch... Ja, ich habe kein Fly mehr. Jawohl. Jetzt kann ich gar nicht mehr rüberkommen. Haha. Verdient. Mann, bin ich wirklich so dumm. Ich bin dir gerade gar nichts. Du wolltest mich vorhin voll besiegen. Nein, hätte ich niemals gemacht, Alter. Hättest du auch nie geschafft. Hä? Oh, ich habe Fly. Oh. Daraus kann ich nichts kraften. Oh, oh. Plural Stick? Hä? Lol, was ist das? Was denn? Ey, hör auf. Hä, mich was? Ich wollte dich nicht killen. Ehrlich. Wirklich nicht? Nein. Wo bist du? Wieso bist du so ruhig? Äh, bei mir drüben? Hä? Weil ich gerade gutes Zeug bekommen. Ja, weißt du. Du kannst mich safe nicht besiegen. 100% nicht. Du mich auch nicht. Hä? Glaube ich doch. Ey, was passiert mit meinem Einkauf? Ich sehe gar nichts mehr. Was? Äh... Ja, wie geht es dir heute eigentlich, Ente? Äh, mir geht es ganz gut. Und dir? Ente! Hä? Was denn? Wo ist meine Base? Warte mal. Warte mal. Hä, wie? Die explodiert. Äh... Komm her, du freche Ente! Warum bist du so frech? Ich bin in Gott bei uns. Echt jetzt? Nein! Und du nicht. Und du nicht. Du, Ente. Ich habe gewonnen. Und du nicht. Und du nicht. Du hast gerade einfach mein Inventar so gechained. Also, ich hatte gerade diesen Effekt. Ja, diesen Kürsteffekt habe ich gesehen. Ja, ich wollte vorlaufen und fliege einfach runter. Ich sehe gerade gar nichts. Du, Ente. Das war's, das Video. Das ist Lecker, wenn es euch gefallen hat. Und ich schau bald hier vorbei. Und tschüss. Ciao.